Es gab irgendwie einen Mann, der in Berlin in eine Menschenmenge reingerast ist. Yes! In eine SchülerInnengruppe. Das hat jetzt ein bisschen zu begeistert geknungen. Yes! Geil! Ja, ich bin näher... Ich hab's näher herangeschoben. Das ist nicht so geil. Hallo, Tino. Ich würde mich sehr gerne selbst näher an dich ranschieben, aber es geht nicht. Es tut mir auch voll in der Seele weh. Ich dachte, wir können wieder einsteigen, jetzt mit persönlichen Podcasts. Und zack, kriegst du auch noch Corona. Was soll denn das nur? Koronobin, Koranaster, Rafu. Ganz toll. Ach, Tino. Ja, letzte Woche schwierig. Da war ich ja unterwegs. Diese Woche schwierig, zumindest gestern. Heute konnten wir, oder werden wir sehen, ob wir aufnehmen konnten, sodass das Ding jetzt am Montag released wird. Vielleicht nicht in voller Länge, wir werden es sehen. Aber ja, ich habe mich mit dem Virus infiziert und gammel jetzt schön im Sommer in meinem Bett herum. Kann aber jetzt wieder reden. Auch sehr ironisch, dass du zu die Ärzte fährst und dann... Ja, und statt mich zu heilen, machen die mich krank. Die Assis. Oh, aber ich war auch jetzt zum Brunnenfest, ne? Es ist so ein... Ich muss kurz die Katzen rauswerfen. Es tut mir gerade voll leid, die Nerven gerade. Das ist okay, werf die raus. Drei Sekunden. Ich sage so lange. Ja, Leute, ich war auf dem Konzert von die Ärzte und habe mich vermutlich dort wahrscheinlich aber eher im Zug, würde ich sagen, angesteckt. Aber dazu gleich mehr. Hallo, Tino. Ach so, das waren doch mehr als drei Sekunden. Ja gut. So, ich komme zurück. Sorry. Ja, ich wollte mich eigentlich gerade vor dir aufregen, wie hart das im Zug war. Also aufregen ist, ich mache jetzt nicht den Allmann-Move und sage, die Assis, 9-Euro-Ticket hat Deutschland gefickt. Ich finde das sehr, sehr gut mit dem 9-Euro-Ticket. Ja, ich auch. Ich finde, das 9-Euro-Ticket sollte ein Jahresticket sein. Und dann schauen wir doch mal, ob die Leute vielleicht... Also wenn sich das dann auch mehr verteilt, weißt du, und man die Züge vielleicht irgendwie doppelt so lang macht. Aber also jetzt so der ersten Schwall mitgenommen, dritter, vierter, fünfter, quasi die ersten Tage, in denen das aktiv war. Das war richtig hart. Und ich glaube halt, also das Einzige, was dagegen spricht, dass ich mich im Zug angesteckt habe, ist, dass die anderen Leute auch, also vier von sieben haben auch Corona bekommen von unserer Gruppe auf dem Ärzte-Konzert. Ja. Jessie hat es auch, die ist schon wieder geheilt. Und das würde dagegen sprechen, dass ich es aus dem Zug habe, sondern schon eher vom Konzert. Aber ich stand halt im Zug dicht an dicht, Tokio-Verhältnisse. Und zwar zwei Stunden auch neben einer, die alle 20 Sekunden am Husten war. Und da frage ich mich auch, wieso steigst du mit so einer Condition in einen fucking Zug ein? Ja, es kann ja sein, dass sie ja auch, so wie ich, Long-Covid hat und noch einen Husten kriegt irgendwie nach sechs Wochen. Und er ist ja nicht mehr infektiös. Ja, von mir aus. Kann ja sein. Also, dann will ich mal das Beste glauben und gehe mal davon aus, Tino. Aber wenn das so ein frischer Husten wäre, wäre das schon sehr asozial gewesen. Also, Trotz-Maske. Und wir standen da wirklich, wir standen so dicht aneinander, dass es mir nicht möglich war, von ihr wegzugehen. So voll waren die zügig. Ich habe ja auch ein Foto in die Oase geschickt, wie einfach 300 Leute easy nicht mehr in den Zug konnten, weil der schon voll war. Die dann alle eine Stunde später in den nächsten Zug rein mussten. Und der war dann genauso voll. Also sind auch da wieder nicht alle reingekommen. Es war so insane. Ja, ich wollte mich auch gerade aufregen, weil ich ja beim Hundefest war, in Bad Berke. Und da gibt es ja diese Bahn von Kranichfeld nach Weimar. Und die war so krass voll. Wir haben den letzten Zug genommen. Ich glaube, so 23.23 Uhr oder so. Und der war so voll. Und es haben bestimmt nur, weiß ich nicht, die Hälfte maximal eine Maske getragen. Und es waren auch so Japan-Verhältnisse. Es war echt so, dass wir uns zusammenquetschen mussten und mussten richtig schieben, dass wir alle reinpassen. Und sogar, dass die Fensterscheiben beschlagen sind. Und dann haben die auch noch alle da rumgegrölt irgendwie. Alle, alle. Ja gut, das war geil. Nee, das war furchtbar. Wenigstens gute Stimmung. Naja, wenn die ohne Maske rumgrölen durch den ganzen Zug und da ihre ganzen Viren und Bakterien verteilen, da war ich ein bisschen am verzweifelt sein. Ich hatte so meine Maske getragen und neben mir stand so ein Typ, der seine Maske in der Hand getragen hat und meinte dann zu mir, oh, Respekt an alle Menschen, die heute Maske tragen. Und ich mir so, ja, danke für deinem Respekt, kann ich mir auch nichts kaufen. Ich habe auch in der Bahn-App schon gesehen, ich will jetzt nach Bonn fahren zum My Chemical Romance Konzert mit Soulfang und Heinrich und so. Grüße Sie mit den Soulfang. Sehr gerne. Und ich habe das schon in der Bahn-App gesehen, dass es da so Hinweise gibt von wegen, es kann sein, dass der Zug überfüllt sein wird und sie den nächsten nehmen müssen. Ja. Und da habe ich gar keinen Bock drauf und ich müsste eh acht Stunden Zug fahren von Weimar nach Bonn, weil ich gesagt habe, Alter, nee, ich fahre mit BlaBlaCar. Das sind zwar jetzt irgendwie 20 Euro oder so, aber der Typ, den ich gefunden habe, fährt auch zu My Chemical Romance und zum Konzert und nimmt mich dann am nächsten Tag wieder mit. Also da habe ich alles richtig gemacht. Na gut, das klingt natürlich vernünftig. Aber ansonsten acht Stunden. Ich habe mir Slay the Spire runtergeladen. Das ist das erste Mal, dass ich für ein Handyspiel Geld ausgegeben habe, wobei es, glaube ich, ursprünglich ein Konsolenspiel, PC-Spiel, was auch immer ist und das ist nur ein Handyport. Für zehn Euro, das habe ich echt noch nie gemacht, Geld für ein Handyspiel auszugeben und das hat mir auf jeden Fall hart die Fahrt versüßt. Ich bin ja auch insgesamt 14 Stunden gefahren hin und zurück und bin dann immer richtig hart am vorhanden gewesen nach Steckdosen. Ja. Und dann war einfach gut. Also da habe ich mich nicht drüber beschwert. Das war erträglich. Aber hast du keine Powerbank oder so? Ne, leider nicht. Sollte ich vielleicht, wenn ich vorhabe, das öfter zu machen, sollte ich mir auf jeden Fall meine besorgen. Ja, ich hatte das Mal vor vielen Jahren noch, da war ich auch gerade erst 18, 19 geworden, da war ich auf der Buchmesse in Leipzig und ich habe meinen Akku voll überschätzt und auf der Rückfahrt ist mein Akku leer gegangen, so als wir gerade losgefahren sind und ich musste aber meinen Vater Bescheid sagen, dass er mich abholt vom Bahnhof wieder, wenn ich angekommen bin, hatte einen übelstens Struggle gehabt und hatte dann zufällig eine Person gefunden, die im Zug saß, ein paar Reihen vor mir, die hatte eine Powerbank. Da habe ich die angeschnurrt, ob ich nicht mal zehn Minuten laden darf. Das hat mir dann echt den Arsch gerettet. Seitdem habe ich auch immer eine Powerbank dabei. Nicht immer geladen, leider, aber ich habe das zumindest immer im Rucksack. Ich hatte mal so eine ganz kleine, aber die hat relativ schnell einen Geist aufgegeben. Das war so ein ganz kompaktes Ding. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, Tino, wenn das der Vorbote war von, wie es mal ist, wenn hier Wasserknappheit oder sowas ist, ja dann Heidewitzka. Ich weiß nicht, wie krass das bei euch jetzt bei dem kurzen Trip von Kannigfeld und mit guter Laune war, aber diese ganzen wütenden Leute, die unbedingt ganz schnell in Urlaub wollen, die sind da wie die Zombies auf den Zug gerannt, haben sich da hin und her geschubbt und so. Das war echt schon krass. Ich habe ja gesagt, Tokio-Verhältnisse. Allerdings in Tokio haben die Züge ja so Mitarbeiter, die da das koordinieren. Die sagen, okay, hier, da, du gehst noch da, du pass da noch rein und hier ist jetzt Schluss. Aber wenn das halt bei die Bahnen keiner macht, dann schwierig. Das war auch schwierig, als dann die Menschen aussteigen wollten und ich durchkam teilweise. Da kam es echt so zu tumultartigen Szenen, dass sie wirklich durchgeprügelt haben. Ich will durch hier oder lass mich durch, ich will raus. Da war es auch mal zwischendurch richtig brenzlig, dass da auch einer richtig aggressiv war. Da war eh so ein Typ, der an der Tür stand, hat echt jede Frau angelabert. Wie alt bist denn du, wo fährst denn du hin und lass uns mal umarmen, als würden wir uns schon ewig kennen und so. Also sehr unangenehm. Was hat er gesagt? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Opener. Lass uns mal umarmen, als würden wir uns schon ewig kennen. Sehr, sehr eklig. Das auf jeden Fall zum Cold Opener. Ne, obwohl, ich will einfach noch kurz was zum Konzert an sich sagen. Gerne. Das war nämlich gut. Also Stadionsound ist halt leider nicht so geil. Ich erhoffe mir, dass dann eher ein besserer Sound wird. Aber an sich war das schon Heiden Gaudi. Und ich habe auch mittlerweile das Video gefunden von, ich mache im Moshpit ein Salto. Das freut mich sehr. Und dann geht es so von der Bühne. Wow, geil! Bei dem anderen, was Bela sagt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch an mich gerichtet war oder an jemand anderen irgendwie schon jetzt mein Favorit oder so. Ja, habe ich gesehen, ja. War auf jeden Fall ein Event. Aber besonders nice war einfach, dass wir so eine Gruppe waren. Ja, sieben Leute, die sich jetzt alle positiv sind. Also egal. Und danach noch auf einer Homeparty sind. Das war auch schön. Erstmal nach einem Konzert schön verschwitzt und verranzt. Kostenlos essen, trinken, abstauben bei so einer 8er-WG-Party. Ja. Richtig nice. Und die hatten eine Nebelmaschine, die dann den Feueralarm ausgelöst hat. Also rundum ein gutes Event. Das hatte ich auch zu meinem 18. Geburtstag, glaube ich, als wir groß gefeiert haben in so einem komischen, wie hieß denn das, Rittergut oder was wir gemietet haben. Und da haben wir auch so einen DJ gehabt und der hat dann auch eine Nebelmaschine eingestellt. Und auf einmal ging der Alarm an und der hat nicht mehr aufgehört und haben dann ewig versucht, zwar auch am Sonntag oder so, auch dann versucht, den Besitzer, anzurufen und da ging ewig nicht ran. Dann nächst du zwei Stunden durchgehend Partyalarm. Geil. Hat Spaß gemacht. Einfach einbinden und Musik draus machen. Naja gut, das waren jetzt 10 Minuten Cold Opener. Wir sind Brennpunkt Internet, ein saftiges Saloha von der Datenautobahn, denn normalerweise, wenn wir nicht an Corona leiden, alle beide, dann berichten wir über die Events der letzten Woche und ordnen sie für euch schwarzhumorig ein, denn nur so kann man diese heutige Zeit überleben. Grüße von Dino Anranzer und... Und Rinko Tabingo. Sehr, sehr gut. Es wird immer besser. Und ich habe diese Woche endlich mal wieder einen prall gefüllten Sack von YouTube News. Das kenne ich auch von meinen langen Durststrecken als Single. Ja, es ist echt großartig, dass endlich mal wieder auf YouTube was los ist, gefühlt. Und ich weiß nicht, ob du das so verfolgt hast oder ob ich da jetzt einfach mich mehr eingepflegt habe, weil ich halt vier Tage einfach nur im Bett lag, mehr oder weniger. Aber da ging einiges. Du hast jetzt zuerst den Justin Bieber hervorgeholt. Da bleiben wir doch mal kurz im internationalen Raum, bevor wir da auf Deutschland kommen. Ja, also im Vorgespräch habe ich kurz erzählt, dass ich noch einen Artikel gelesen habe zu Justin Bieber, denn dem sind auch jüngere Mädchen lieber. Und der hat eine Gesichtslähmung, hat er jetzt in dem Video verkündet und musste Konzerte absagen. Und hat wohl das Ramsey-Hunt-Syndrom, was das Gesicht so ein bisschen lähmt und für ähm, was stand hier, was heißt, habe ich es zugemacht aus Versehen, fuck. Immer noch lieber das als das Ramsey-Bolton-Syndrom auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und du musst so Konzerte absagen, aber ich habe noch nicht rausfinden können, ob das jetzt für immer so ist oder nur vorübergehend. Ja, ich, das habe ich auch beim schnellen Googlen nicht gesehen, ob das einfach wieder weg geht oder ob das jetzt so eine bleibende Condition ist, aber auf jeden Fall, er zwinkert quasi immer mit einem Auge die ganze Zeit. Das ist einfach, der hat in seinem Leben so viele minderjährige Frauen irgendwie verführt, weißt du, mit seinem Zuzwinkern. Das ist ja jetzt zum angeborenen Reflex geworden. Oh, das kann sein, das ist voll die Theorie. Was hältst du eigentlich von Justin Bieber? Findest du die Musik gut? Ja, früher war es ja Mode, den zu haten mit Baby, Baby. Mittlerweile ist er mir weitestgehend egal und ich glaube, der ist auch vernünftig. Ich glaube, der ist auch ein Filmsticker geworden so, weil der hat ja zwischen, das gehört ja dazu, Hanna Montana, nee, wie heißt sie, Miley Cyrus und Justin Bieber, diese Kinderstars, die brauchen das ja so eine Phase, wo sie dann irgendwie völlig freidrehen so ein bisschen und ach, keine Ahnung, also musikalisch weiß ich gar nicht, was so bei dem geht. Es gibt so einen Song, den ich richtig geil finde, der heißt Prince und der war mal für irgendein Mobilfunkanbieter, der Werbesong. Can we be friends? Oder so eine Art, das ist ein richtig cooler Song. Der war auch in meiner Spotify-Playlist ganz weit oben. Lange Zeit. Den habe ich noch nie gehört. Und der Song ist ein bisschen heiß. Boyfriend und Baby, ich glaube, das war's. Und so ein Feature. Irgendwo hatte der noch ein Feature bei einem ganz berühmten Song. Fragt mich nicht. Aber auf jeden Fall schön, dass es ihm zumindest halb gut geht. Halbwegs gesund, Justin Bieber. Ja. Und es gab noch einige grausame Vorfälle in Deutschland. Es gab irgendwie einen Mann, der in Berlin in eine Menschenmenge reingeratet ist. In eine SchülerInnengruppe. Das hat jetzt ein bisschen zu begeistert geklungen. Yes. Geil. Nein, das war eher so ein, ja, zum Glück hast du es jetzt erwähnt, weil ich hatte es voll drin so, aber ich habe es für dich extra aufgeschrieben und hätte es jetzt vergessen. Scheiße, Alter. Ja, es ist Corona, Robin. Es ist voll okay. Corona macht sehr gehäßig. Ich dachte, es ist schon wieder Weihnachten. Berlin, Menschenmenge. Es war auch am Breitscheidplatz, ne? Also auch im selben Ort tatsächlich. Eieiei, eiei. Und jedenfalls war das wohl eine Klassenfahrt und die Lehrerin ist wohl gestorben und der andere Lehrer wurde verletzt. Und noch die anderen SchülerInnen sind verletzt worden. Und spannenderweise, der Lehrer dort, den kenne ich über zwei Ecken, der ist von einer Person, die ich schon mal angesprochen habe, die mit Martin Schneider Musik macht, ist er nämlich der Musiklehrer. Martin Schneider. Ich habe noch mal vor ein paar Folgen erzählt, dass ich jemanden kenne, der mit Martin Schneider so ein bisschen Musik macht und so und den produziert. Und die Person ist mit dem, der Kollege der Toten quasi, der auch dabei war und angefangen worden ist, die machen Musik zusammen oder er ist Musiklehrer oder so von ihr. Ja, mein Beileid an die Person, die Musik mit Martin Schneider macht. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Sorry. Nein. Corona. Das ist alles Corona. Es ist alles Corona. Nee, das Ding ist, das war jetzt, den habe ich jetzt sehr erzwungen, aber das war, weil ich die ganze Zeit, es war immer so ein halber Gag auf meinen Lippen, aber es war nie gut genug irgendwie, weil Breitscheidplatz, dann habe ich überlegt, wie könnte der jetzt heißen, wenn das da Mode wird, dass Leute breit gefahren werden, weißt du. Dann hast du gesagt, über zwei Ecken, dann habe ich gedacht, über zwei Räder, das ist ganz, ganz schwierig gewesen, diese Energie, die musste raus. Oder ich dachte, um die Ecke bringen, über zwei Ecken bringen. Ja, sehr gut. Und der Amok-Fahrer war wohl ein, wo stand es denn gerade? Ich finde hier nichts, wenn ich irgendwas lese. Story of MCMs Live. Weißt du, was es für ein Täter war? Ich habe es gerade gesehen irgendwo. Bestimmt ein alter weißer Mann, nee, ich weiß darüber nichts, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Steinmeier, nee, da war es nicht. Steinmeier, ja. Steinmeier ist schockiert, sagt er. Schäuble. Ach, ich finde es gerade nicht, weiß nicht, jedenfalls ist der Täter ja auch identifiziert und hat von einer psychischen Erkrankung und so. Was ist denn das, was ist denn das für eine scheiß Überschrift, die ich hier lese? Als bestätigt wurde, dass ihre Lehrerin tot ist, wurden die Schüler emotional. Was ist denn das für eine scheiß Überschrift, RBB24? Ja, die saßen halt voll so am Handy, haben halt gewartet, was für neue Nachrichten kommen so und dann kam die Meldung, ja, eure Lehrerin ist tot, da haben sie wenigstens mal kurz geschnauft oder so. Ja, auf jeden. Hä? Scheiße, was heißt das für unsere Klassenarbeit, wird die verschoben? Ja, und wer kontrolliert die jetzt vor allem, die Klassenarbeit? Berliner Amokfahrt, Fahrer fiel bereits häufiger psychologisch auf, macht bisher keine Angaben zur Tat. Ja, geil. Muss man dazu sagen, dass wir das nicht so gut finden oder? Das ergibt sich aus dem Kontext, glaube ich. Naja, bin ich mir heute nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Doch, ich verurteile jede Amokfahrt. Okay. Auch Lehrer und Lehrerinnen sind Menschen. Aber Amoklauf ist okay, aber Amokfahrt hat dann zu hohes CO2-Verbrauchen. Erstens das und zweitens, hier kann man so faul sein, wenn du schon Menschen töten willst, dann machst du wenigstens zu Fuß. Ist so. Ne, es ist ganz furchtbar, das ist gerade alles nur eine Coping-Strategie, um mit solchen furchtbaren Meldungen klar zu kommen. Natürlich ist Amokfahren, Amoklaufen alles scheiße und es ist überhaupt nicht witzig und wir hoffen, dass es den Betroffenen bald besser geht. Amokflug, was gibt es noch? Eine Amokschwimm, gibt es das überhaupt als Substantiv? Amokschwimm? Ein Schwimm? Ich gehe auf einen Schwimm? Doch, die Titanic war doch ein Amokschwimmer, der auf diesem Eisberg zugerast ist. Stimmt. Dann haben wir wahrscheinlich alles schon oder gibt es da noch neue? Ein Amokskate gab es noch nicht. Vielleicht sollte da mal jemand den Vorsprung machen. Ein Amokkrieg? Ein Amokkrieg wäre wiederum, das wäre Next Level. Das wäre halt mit Handicap sozusagen. Imagine, da ist so ein Typ mit einem Messer, der über den Theaterplatz läuft, kriecht und Leute ersticht. Aber halt ganz langsam. Gott, ist alles schon wieder richtig finster. Leute, ist Corona in der Stadt. Das traue ich Weimar voll zu. Alles klar, es kommt so ein Weimarer Original und kann nicht mehr laufen, weil sich in die Hosen geschissen hat und wirft Menschen mit Steinen ab. Kenn ich, kenn ich einige. Okay, ja cool. Da haben wir doch jetzt ein tolles Thema gehabt. In Deutschland ist auf jeden Fall richtig die Kacke am Dampfen zurzeit. Nicht nur wegen Amok laufen, schleichen, kriechen. Nein, ich habe von internationaler Newsquelle Businessinsider.com erfahren, dass in Deutschland eine große Bierflaschen-Shortage, was ist das? Was? Du weißt, was ich meine. Eine Shortage. Ein Mangel. Ah. Ein Mangel an Bierflaschen existiert. Und dann werden jetzt die ganzen Brauereien bitten, die ganzen Leute die Bitte zurückzubringen. Hast du davon was mitbekommen? Das sagt halt Businessinsider. Nee, gar nicht. Ich bin jetzt nicht so der Bierkonsument. Aber wie kann das denn passieren? Die haben zu wenig Flaschen im Umlauf, aber viel mehr Bier und Absatz, oder wie? Ich weiß es, die ganzen asozialen Obdachlosen, die horten die Pfandflaschen. Ich sehe sie doch immer. Was fällt denen ein, den Spackos, ey? Gehen die durch die Stadt und klauen den Brauereien ihre Bierflaschen weg? Ist ja unmenschlich. Jetzt, wo es auch noch auf Saftflaschen Pfand ist. Richtig schlimm, sag ich dir. Echt, ey. Da kannst du, diese Obdachlose, da kannst du nicht mal irgendwie am Bauhaus chillen, ne? Und kurz mal dein Mikroplastik beiseite stellen. Nee, Alter, zwei Sekunden später ist es schon weg. Daran sind die Buzovskis schuld, in Weimar-Wieland-Platz, weil ich ständig am Wieland-Platz irgendwelche zerdepperten Bierflaschen auf dem Fußboden sehe. Ja, ganz, ganz schlimm. Herr Kleiner, was sagen Sie dazu? Ich hoffe gar nichts. Aber was ich sagen wollte, neben dieser Bierflaschen-Shortage gibt es natürlich noch ein anderes riesiges Problem. Die News der letzten, ich würde fast sagen, bald zwei Wochen, da wir ja jetzt schon Montag haben. Stimmt. Und wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür, warum es so wenig Bierflaschen gibt. Die befinden sich nämlich alle auf Sylt. Ja, richtig. Das ist noch ein Ticket. Deine Genossen und Kupferstecher. Naja. Naja, hallo. Also ich finde die grundlegend sympathisch. Ich habe so ein, zwei Videos gesehen. Die tun keinem was. Die haben einfach eine gute Zeit und die saufen. Das ist okay. Ja, ist schon okay so. Ich glaube, es ist den ersten, der verhaftet worden ist auf Sylt, den ersten Punker. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber es gibt schon noch ein paar, die da rumpöbeln sollen. Aber wenn die da prinzipiell einfach nur rumchillen und Bier trinken und asozial sind, ist es doch voll okay. Das ist auch mal was für die, die auf Sylt leben für die Menschen. Die erleben mal was. Die sehen mal das einfache Fußvolk. Ja, mal ein bisschen Kultur. Das kennen die ja sonst gar nicht. Punks kehren nach Westerland zurück. Aus Anführungsstriche, wir nerven nur. Ja, können sie ruhig machen. Also ich will nicht nach Sylt fahren. Ich weiß nicht, das ist mir zu Mainstream. Ich fahre lieber nach Bonn und mache da ein bisschen Bambule. Also wäre das Konzert nicht gleichzeitig gewesen und dich dann nicht jetzt hier an Corona erkrankt, dann wäre ich da wahrscheinlich auch so einfach mal hochgefahren, weil Kamera drauf und Video filmt sich von alleine. Und Content. Sylt und Real Life oder was auch immer, weißt du. Ja, stimmt. Und du dann mit so einer Punker Frisur mit Erokäse aufgesetzt. Das wäre witzig. Mach das mal. Ach so. Noch geht's. Aber bist ja erst mal zu Hause. Erstmal muss ich genesen und dann habe ich meiner Oma versprochen, dass ich sie auch mal ein, zwei Tage besuche. Mach mal Corona in Real Life. Corona in Real Life. Habe ich auch überlegt. Aber jetzt ist eigentlich auch das Schlimmste vorbei. Dass ich so ein Abdriften meiner geistigen Gesundheit per Video dokumentiere und da so ein Bestaufrausschneider. Aber ich hatte halt auch einfach so keine Energie für nichts. Das war eigentlich das Schlimmste. Du hängst halt nur so da. Und mir ging es halt echt zwei Wochen lang. So fast. Dass ich halt null Energie hatte. Ich konnte nicht mal zocken. Ich habe dann irgendwie, weil es mir so schlecht ging, mir Let's Plays angeschaut von den Spielen, die ich spielen wollte. Damit ich so ein bisschen das Gefühl habe, dieses Spiel zu spielen. Ja, Alter. Meine Freundin hat Outer Worlds vorbeigebracht. Ein Spiel, was sie eigentlich schon länger mal spielen wollte. Also sie hat das ja schon ewig. Und ich habe das reingelegt, habe das installiert. Und dann habe ich so, oh nee, ist mir jetzt eigentlich zu anstrengend. Und habe dann weiter halt Slay the Spire am Handy gezockt. Weil das irgendwie angenehmer war. Ich kenne das gar nicht. So zurücklehnen. Also nicht das Spiel an sich, sondern halt einfach nur so am Handy hängen. War für mich angenehmer als jetzt, oh, so ein Spiel und so. Ich habe es mittlerweile angefangen und spiele es auf super schwer. Supernova heißt das. Da musst du essen und trinken. Und ich bin voll krass und so. Und ja, ist schon ein gutes Spiel. Aber ich bin noch nicht so weit. Also Review gibt es vielleicht später. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Alles anstrengend. Supernova-Spiel kenne ich gar nicht. Wie heißt denn das Spiel auf deinem Handy? Slay the Spire. Das spielt eben auch ganz viel. Ah, hier, okay. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin ja ein großer Kritiker von Handyspielen. Ich finde das immer ganz, ganz schlimm. Das ist im weitesten Sinne ein Kartenspiel eigentlich. Ich finde das so gut, weil es wirklich... Wie Mau Mau oder Skat? Nee, nee, es ist sehr durch... Es hat eine Ähnlichkeit zu Magic, aber es hat viel mehr Ähnlichkeit zu sowas wie Dominion, falls du das kennst. Und ist auch schon ein bisschen älter. Aber es macht schon irgendwie ein bisschen süchtig. Ich sehe es gerade. Einfach ein sehr gut durchdachtes System, sage ich mal. Das ist so gar nicht meins. Also ich sehe es gerade hier von dem Konzept her. Nee, bin nicht raus. Irgendwelche magischen Wesen und Spielkarten. Ist cool, ist cool. Will ich nicht vorurteilen, aber ich würde sowas nicht anfassen. Ich fand Yu-Gi-Oh! schon grenzwertig, aber habe halt mitgespielt, weil es damals irgendwie in war und alles gemacht haben. Also es lässt sich mit Yu-Gi-Oh! und Magic echt schwer vergleichen, finde ich. Aber ja, ist egal. Ich bin ja vorher der City-Skylines-Typ geworden, habe auch jetzt sämtliche DLCs und so und Add-ons und es ist gerade mein Suchtspiel. Also, wenn ich wieder fit bin, Slay the Spire, 13 Stunden oder was weiß ich. Obwohl, nach Sylt wahrscheinlich keine 13. Ich hatte mal geguckt, nach Flensburg sind es auch nur 9 ungefähr. Da wird Sylt, das würde sich jetzt nicht so viel nehmen wahrscheinlich. Aber machst du gerade Livestreaming trotz deiner Infektion? Oder machst du das mal eine Pause? Ich habe bis jetzt noch nicht, seit ich Corona habe. Ich wollte den einen Tag, aber dann war es alles so. Also es war echt hart. Ich hatte den einen Tag, also, Moment, vielleicht nochmal. Ich weiß, heute ist ein bisschen sehr privater Natur hier, dieser Podcast, aber ist ja auch mal okay, liebe Leute. Das ist voll okay. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch hatte ich einmal, dass ich wach wurde und so husten musste. Und dann, ich lag echt da und dachte, okay, safe hast du Corona. Ganz safe, so, ja. Ich wusste es einfach. Dann habe ich weitergepennt. Am nächsten Tag war ich topfit, war auch Skaten, richtig gute Session gehabt und so. Alles geil. Und hatte auch Besuch da. Hab mit denen hier ganz normal, yo, alles cool. Und hab dann abends nach dem Stream auch nochmal einen Test gemacht. Nee, vor dem Stream war das. Hab ich einen Test gemacht, war auch negativ. Alles cool so. Und am nächsten Morgen hab ich dann direkt gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Fühl mich ein bisschen schlapp und so. Und hab da nochmal einen Test dann irgendwie um zwei gemacht. Und der war dann positiv. Und dann, ab da war halt wirklich jeder Tag irgendwie anders. Der erste Tag, da war noch irgendwie geniegen. Und der nächste war dann, alles hat komplett gejuckt, auch nach dem Baden. Es war wie meine schlimmste Allergiezeit. Es war richtig widerlich. Wirklich das ganze Gesicht, als hättest du dauerhaft einfach Pfeffer überall im Gesicht. Und das war am nächsten Tag dann komplett weg. Und dafür war übel zu Hals da. Und dann konnte ich aber, also da wollte ich dann halt streamen, aber konnte nicht lang genug reden. Das war Freitag dann, glaube ich. Und ja, gestern ist heute Sonntag. Heute ist es so hart, ne? Vor allem heute 26 Grad. Es ist echt warm hier drin. Es ist draußen warm. Gestern war halt richtig wild. Da haben die hier vor meinem Fenster, da war so ein Russe, der mit einer fetten Box irgendwie übelst lange hier Russentechno aufgelegt hat und DJ gemacht. Für sich alleine. Und abends war dann plötzlich da doch noch eine Gartenfeier. Und ich stehe hier auf dem Balkon und denke so, fuck off, draußen passiert das Leben. Und ich sitze hier ekelhaft. Und an dem Tag, also gestern war alles so ein bisschen. Und heute geht es hier, würde ich sagen, weitestgehend gut. Ja, also, ja. Das ist doch schön rum. Nase ist verrotzt, ja. Das ist heute. Das war die letzten Tage nicht so, dass die Nase halt so verstopft ist. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass diese ganze Scheiß-Infektion jetzt wieder alles triggert in mir, weißt du? Dass die Polypen wieder wachsen, dass meine Lunge wieder schlechter wird und so, wo ich alles jahrelang ja Medikamente und so einen Scheiß genommen habe und OP. Da habe ich ein bisschen Bammel vor, muss ich sagen. Gar kein Bock. Weil ich war auch, ich habe, sorry, letztes noch, ich habe ja auch auf dem Konzert gemerkt, wie fit ich bin, ne? Also, das war früher auch so, dass ich auf dem Konzert ja immer Vollstoff alles gegeben habe, so. Aber trotzdem gemerkt habe, so, wie ich es einfach nach einer Stunde merkste, Alter, es ist richtig hart anstrengend, ne? Und jetzt aber durch die zwei Jahre übelst viel Skaten und halt einfach fit halten, so. Das war gar kein Ding, diese drei Stunden da durchzuballern auf dem Konzert. Und wenn ich von diesem Modus jetzt wegkomme, nur weil ich so ein scheiß Virus mal kurz in mir hatte, gar kein Bock. So, jetzt du. Ich wollte nur sagen, ich hatte ja an dem einen Abend auch eine Ärztin vom Notdienst da, weil es mir so schlecht ging. Und die meinte zu mir, ich soll auf keinen Fall baden gehen mit Corona, weil das wohl für den Kreislauf furchtbar anstrengend ist und ich lieber duschen soll jeden Tag, um auch den Schweiß abzuduschen. Und ich meinte echt so, als es dann gegangen ist, aber gehen sie wirklich nicht baden, dass es könnte für sie zu anstrengend sein. Okay, hart. Für den Körper, ja. Gut zu wissen. Ich war die ersten zwei Tage beide Male baden. Das erste Mal, weil ich räudig war und das zweite Mal, weil es halt überall gejuckt hat und ich dachte, das hilft. Und schön heiß halt auch, weil bei Erkältung, ne? Hilft doch, oder nicht? Eigentlich, sie meinte auch, es hilft eher, wenn du gerade anfängst, krank zu werden. Da kann man dem noch ein bisschen entgegensteuern. Aber wenn du halt mittendrin bist, auf keinen Fall. Und auch beim Abklingen lieber nicht, hat sie mir erzählt. Alright. Na gut. Aber die war eh nicht so krass kompetent. Muss man dazu sagen, die hatte auch dann nochmal einen Test gemacht bei uns und hatte dann irgendwie nur ganz kurz dieses Stäbchen in die Nase gedrückt, dann nur ganz kurz angetippt, danach den Rachen rein und dann halt einen Test gemacht und er war dann negativ. Also die war ja nicht die, weiß ich nicht, die beste Ärztin, die ich je hatte. War sie jetzt nicht wirklich. Aber da habe ich gedacht, okay, da kann sie ja recht haben mit dem Baden. Habe ich auch so nachrecherchiert dann, dass es so sein soll. Dann werde ich jetzt einfach stinken die nächsten Tage, ist okay. Mich sieht ja eh keiner. Oder halt duschen. Ja, duschen ist irgendwie für Anfänger, finde ich. Oder für Aufhörer. Ja. Aber meine Oma durfte auch nicht mehr baden. Die war auch dann irgendwie schwer krank. Da gab es für sie auch ein Badeverbot. Ja, ein bisschen Sorge habe ich da auch, weil mein Opa ist ja in der Badewanne gestorben. Der hat auch heiß gebadet. Und dann hat das Herz irgendwann Arsch hochgemacht. Aber ich glaube, vor 60 brauche ich da keine Sorgen haben. Nee, bestimmt nicht. Naja, wer auf jeden Fall auch manchmal baden könnte, ist Ron Pilecki. Ja, ja, der Typ. Es gab so drei große Sachen, die in aller Munde waren diese Woche. Das eine wahrscheinlich eher letzte Woche, aber ich habe es diese Woche mitbekommen. Steffen Ostwald, Ron Pilecki und Everybody Starling Apo Red natürlich auch mal wieder. Wer ist denn Ostwald? Den kennst du nicht? Ich kannte ihn vorher auch nicht, aber vielleicht kanntest du das viral gegangene Video von vor einem halben Jahr oder so. Unsere neue Fickfreundin ist wieder da. Wie heißt der mit Vornamen? Steffen Ostwald. Steffen Ostwald. Ach ja, aber den hat TJ ein Video gemacht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, who the fuck is TJ, habe ich mir gedacht, bevor ich dieses Video gesehen habe. Während ich es sah, dachte ich mir, Alter, wollt ihr mich verarschen? Muss denn jetzt jeder Rezo sein? Nee, das stimmt nicht. Und dieses Format 1 zu 1 klauen? Das stimmt nicht. TJ war vorher der Cutter von Rezo und war daran beteiligt, in diesen Zerstörungsvideos. Na gut. Gemeinsam initiiert. Dann möchte ich das zurücknehmen. Jedoch möchte ich zum Beispiel den Parabelritter hier zu Felde führen, der auch die Zerstörung von XYZ permanent macht. Ja, ich kann ihn echt nicht leiden. Und deswegen, ich glaube, dass der TJ, der darf das, aber sonst gibt es schon einige, die das auch kopieren. Okay, dann nehme ich das zurück. Allerdings muss ich sagen, das war jetzt auch, also, ich weiß nicht, er hätte vielleicht nicht allzu oft sagen sollen, betonen sollen, wie heftig das alles ist, weil teilweise fand ich es dann, vielleicht bin ich auch einfach mittlerweile abgestumpft. Klar, dieses, dieses Judending irgendwie was, also, okay, Moment. Fünf Schritte zurück. Von vorne. Ja, fünf Schritte zurück, liebe Leute. Weil vielleicht gibt es ja auch jemanden, dem es so geht, wie mir vorher und gefühlt nichts kannte. Also, es gab so ein virales Video vor anderthalb, ach, vor einem Jahr wollte ich sagen, Alter, mein Hirn ist echt Matsch, ne? Vor 30, HALT! Alter! Holy shit! Alter, vor, ich habe es halt eben schon richtig gesagt, ne? Ja. Oh, Alter, vor einem halben Jahr, Alter, holy shit, mein Hirn hat abgebaut. Also, vor einem halben Jahr gab es ein virales Video von so zwei Frauen und das hieß, ah, unsere Fickfreundin, unsere neue Fickfreundin ist zurück oder sowas. Oh Gott. Komplett inhaltsloses Gelaber, bla bla bla, wenn du dir das anhörst, da wünschst du dir asexuell zu sein. Bla 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 und das ist quasi, diese zwei sind Teil eines Art, einer Art Kult, ja, also, es wirkt fast wie eine Sekte, so ein bisschen, sagt der TJ auch in seinem Video, um einen Steffen Ostwald, seines Zeichens wahrscheinlich Narzisst und, äh, Manipulationsking, also jeder, jeder Alpha Kevin, der auf der Stadt, äh, fetten Pickup Artist mimt, blickt zu ihm sicherlich auf, denn, äh, die Frauen sind Lehm in seiner Hand, ja? Oh. Also zumindest die Frauen, die psychische Probleme haben und, äh, er weiß, das gut auszunutzen. Und da gab es so ein, so ein Zerstörungsexpost-Video über diesen Kollegen, wie der da handhabt und was er auch parallel zu dieser Masche, äh, noch für Ansichten hat und da sagt er sowas wie, ähm, Karma, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich, das heißt, wenn den Juden als Volk etwas Schlimmes passiert, dann sind die dafür auch selbst schuld und so, ganz schwierig. Was wäre das für eine ekelhafte Aussage? Alter. Weißt du was? Wenn man dem nach Hause kommen würde, würde dem einen über den Deckel hauen, würde den irgendwie ein, also, weiß ich nicht, fesseln oder so und ihm einen auf die Nase hauen, ob er immer noch sagen würde, du bist deines Glückes Schmied, du bist dafür verantwortlich, dass ich dich jetzt austraube und dir jetzt deine Nase abschneide. Ja. So ein Bullshit. Ja, das ist halt irgendwie in so einer, von diesem TJ, der hat irgendwie so eine, ich weiß nicht, irgendwie eine Live-Sendung oder irgendeine Sendung, da war der halt zu Gast und da hat er diese Aussage mehr nebensächlich getätigt, denn eigentlich geht es da wirklich eher um Bumsen, 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 Bumsen und hier, die Frauen kommen zu mir und das, wo ich echt lachen musste, er hat eine empathische Erektion, das heißt, er kriegt angeblich nur eine Erektion, wenn die Frau sich ganz toll in ihrer Mitte befindet und einfach genau das gibt, was sie, was sie, was sie möchte und genau, sich im Reinen ist, dann kriegt er nur eine Erektion. Okay. Also ein ganz großes Geschwallere und dann kommt dann immer der Drills-Argent raus. Wenn es nicht so hart wäre, wäre das einfach ein richtig witziges Meme. Also er, der Drills-Argent ist dann immer auch er, der aber dann streng mit der Frau redet und er suggeriert der Frau quasi dann immer so, dass, das was er will, das ist, was sie will, weißt du? Hm, Verstehe. Und wenn, wenn sie das nicht einsieht, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, hier nimm doch mal Speed, um dich zu lockern und sie sagt, nee, das will ich nicht, dann kommt der Drills-Argent raus und sagt, du stehst dir nur selber im Weg, eigentlich willst du das. Ja. Also Genius, absolut Genius, der gute Drills-Argent. Das wäre halt für mich alles irgendwie begreifbarer noch, wenn der Typ nicht aussehen würde und reden würde, wie, wie so der kleine Bruder vom Psycho-Andreas. Hm. Das ist unfassbar. Also dieser Typ, Ich hab den noch nie gesehen, ich hab keine Ahnung, ich bin sehr auf das Video von TJ gespannt. Der hat ja auch, also der hat null Sex-Appeal oder so, das muss halt wirklich alles über diese emotionale, ja, Erpressung, Manipulationen laufen, dass die Leute sagen, oh ja, für den, für den werde ich jetzt erstmal richtig schön alles machen, was er will. Ich würde aber echt gerne wissen, ob das funktioniert. Diese ganzen Pick-Up-Artists, die da auf YouTube rumlaufen und Tipps geben, ich würde gerne wissen, ob die tatsächlich oft Freundinnen oder oftmals Dates haben und bei Frauen ankommen, weil die Frauen, die ich kenne, die schütteln alle den Kopf von solchen Leuten, aber irgendwo muss es ja auch herkommen und irgendwo muss es ja auch einen Markt dafür geben, weißt du? Na ja, na ja, das Ding ist, wenn du, wenn du dich sehr viel damit auseinandersetzt, dann wirst du ja wahrscheinlich auch deinen Selbstvertrauen ein bisschen aufbauen, das hilft dir auf jeden Fall und dann, wenn du von den YouTubern an sich redest, wenn die das halt hundertmal machen, dann haben die natürlich auch mehr Erfolg, als wenn man das privat irgendwie zweimal macht, weißt du? Ja klar, das ist ja klar, wenn die hundertmal eine Frau ansprechen, dass die dann irgendwie zehn Hits haben, die laden so hoch und dann, guck mal. Ich habe auch mal so einen YouTuber gesehen, der auch so Unternehmer ist, der in seinen Videos so frauenfeindlichen Scheiß von sich gibt, dass die Frau ja irgendwie nach Hause gehört, in die Küche, der Mann geht arbeiten und dass ja eine Frau, weiß ich nicht, wie er es ausgedrückt hat, aber so nach dem Motto, dass ja die Frau grundsätzlich schon mal zweite Klasse ist als Mensch und ich dachte, ah, ist das ein Würstchen? Aber der hat eine Freundin, die auch echt hübsch ist und die das mit sich machen lässt offensichtlich. Das überrascht mich halt so krass, dass es doch noch diese Menschen gibt, auch weibliche Menschen, die das nicht schlimm finden und die das noch unterstützen. Das ist halt, auf der einen Seite denke ich mir, okay, er schürt irgendwie schon so ein Frauen- oder so ein Menschenbild, was schwierig ist, aber auf der anderen Seite, wenn es irgendwie beide okay finden, ist es ja auch wieder cool, weißt du? True. Ich muss ganz kurz einhaken, wir haben nämlich im letzten Podcast über das, ich glaube, es war im Zuge von Ricky Gervais, genau, der hat das in seinem Stand-Up gesagt, dass wer für Cancel Culture ist, ein bisschen dumm ist, weil man nie weiß, was in zehn Jahren nicht mehr angebracht ist, zu sagen. Und an dieser Stelle möchte ich nämlich einhaken, du hast nämlich gerade gesagt, der hat eine Freundin und die ist sogar hübsch. Ja. Das wird auf jeden Fall in wenigen Jahren wird das als nächstes dir hinterhergetragen, Tino. Ja, können sie gerne machen. Wenn er eine Freundin hätte, die hässlich wäre, dann würde ich es verstehen. Aber er hat sogar eine, die hübsch ist. Das habe ich ihm nicht zugetraut, dass er, weiß nicht, bei Frauen ankommt, die in der Öffentlichkeit so als Schönheitsideal wahrgenommen werden, weißt du? Ja, genau, ich gehe da völlig mit. Ich finde das auch völlig normal, das so zu sehen, Tino. Aber ich sage nur, in fünf Jahren wird es dann heißen, oder vielleicht auch jetzt schon von mir aus, warum muss denn eine attraktiv aussehende Frau in irgendeiner Form irgendwas anderes, weißt du? Andere Ansprüche, andere Trophäen, als man sich ja, wie auch immer man es formulieren will, weißt du, was da dahinter steckt. Ja, es kann sein, es war vielleicht eine unüberlegte Aussage. Nö, ich finde das völlig okay, Tino. Was ich halt ausdrücken will, einfach ist, dass ich halt gedacht hätte, so jemand wie sie, die ja auch klug wirkt in den Videos, ich habe ein Video von ihr gesehen, wo sie ja auch intelligent wirkt und so, und ich dachte, wie nennt sie sich denn so einen Typen, der halt so ein Arschloch ist, oder sich so wie so ein Arschloch verhält, das hat sie ja überhaupt nicht nötig. Das hat natürlich keiner nötig, so einen Namen zu haben, aber ich fand es trotzdem nochmal überraschender, dass offenbar sein Arschlochtum ankommt bei Frauen. Hm. Naja. Ja, das ist ja auch dieses, ne, also Arschlochtum ist ja einfach auch einhergehend mit Selbstvertrauen. Das ist ja immer dieses, oh ja, Frauen stehen immer nur auf Assis, das ist halt Bullshit, aber weil viele Assis einfach eine Attitüde von, mir ist alles egal, und das, ne, das strahlt natürlich dann auch eine gewisse Selbstsicherheit aus, die dann einfach attraktiv ist. Das hat jetzt nicht per se, was damit zu tun, dass Frauen Assis mögen. Ja, das stimmt schon. Wobei meine Ex-Freundin, ich hatte mal vor ein paar Jahren eine, die mal zu mir gesagt hat, wünscht sich, ich wäre mehr asozial. Ja, das, ja, ja, also, das war seltsam, und auch immer gibt es solche Leute. Aber wahrscheinlich nicht sie wie Scheiße behandeln, oder? Ich glaube ein bisschen schon. Ich habe dann so ein bisschen ihren nächsten Freund kennengelernt zufällig, und das war schon so ein richtiger Macho, der auch sie irgendwie eingeschränkt hat, deswegen sie sich dann auch wieder getrennt haben nach ein paar Monaten. Aber sie fand es schon ziemlich anziehend, dass er sie manchmal auch behandelt hat, wie so ein, weiß ich nicht. Bei vielen Sachen ist ja auch die Theorie oder das Gedankenspiel darüber irgendwie besser als das Tatsächliche dann. Also, weißt du, also Leute haben ja auch irgendwie Fantasien vergewaltigt zu werden und finden das hot, aber wollen das halt nicht in echt. Ja, stimmt, wenn es so ein Art Rollenspiel ist, ja, wenn du sagst, okay, ich mag einen Mann, der dominant ist, oder ich mag eine Frau, die dominant ist, ist ja egal, welche Richtung, dann ist es ja cool, wenn man das irgendwie auslebt und dann aber auch kommunizieren kann, jetzt ist mal wieder Schluss, weißt du, und man ist nicht der Persönlichkeit, dass der Mann oder der Partnerin dominant ist, sondern dass man dann sagt, okay, ich mag es, wenn du das bist, dann bist du es absichtlich ein bisschen mehr, weil du es eben auch mal abschalten kannst, wenn du es nicht willst. Ja. Das ist ja auch so dieses Konsensding, ja, wenn halt Menschen es mögen, verprügelt zu werden im Bett, so beim Sex, ist es ja voll fein, dann willst du halt nicht, dass dein Partner dich immer schlägt, wenn du, weiß ich nicht, dich falsch mal geäußert hast, oder wie falsch gekocht oder eingekauft hast, das soll ja nicht passieren. Ja, das habe ich jetzt gar nicht noch mal explizit erwähnt, beim Steffen Ostwald, dass ja auch Anschuldigungen von Vergewaltigung und sowas im Raum stehen. Also vielleicht, da gibt es schon einige Frauen, ich glaube, zwei sind jetzt halt hervorgetreten und der betitelt die halt munter als Fotzen in vielen Videos, das zeigt halt TJ auch auf. Was ich auch schon wieder richtig räudig finde, das fühlt sich einfach ganz falsch an, ich muss das jetzt mal explizit hier anprangern, ich verstehe, warum man es macht, Schimpfwörter und krasse Wörter wie Vergewaltigung zu zensieren, das macht TJ nämlich in seinem Video, und zwar nicht mit dem Piepton, sondern dem da ganz kurz so ein gemutetes ist, als es würde dann so Vergewaltigung. Ja, das klingt furchtbar, ja. Und ich weiß nicht, wenn man halt so ein Video macht und da halt ein Thema anspricht, was einem ganz, ganz wichtig ist, aber das dann so verstümmelt, weil man halt Geld dafür kriegen will. Ja. Also klar steckt da übelst viel Aufwand in dem Video, das verstehe ich alles, aber das hat so ein Geschmäckle, muss ich sagen. Das machen doch alle, oder? Weil das, 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 ich finde, wenn man, wenn man halt Vergewaltigung, weißt du, wenn man das so zensiert, dann nimmt man auch so ein bisschen irgendwie die Wucht raus, oder? Ja, mega, das machen ja, wie gesagt viele auch, dass sie so Worte wie Sex manchmal, der Penis, Ja, weil der YouTube-Algorithmus das Video ausliest mittlerweile und erkennt, was für Wörter darin gesagt werden. Das wird halt nicht automatisch getestet, auch wenn ich hier Brennpunkt für Werbung einschicken würde, da würde halt das drüber laufen so. Und wenn dann irgendjemand hier Vergewaltigung, Sex, 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 Ficken, Ficken, Ficken sagt, dann ist halt direkt gelb mindestens, weißt du? So, und ich weiß nicht, dann würde ich halt lieber irgendwie sagen, hier, gib mir halt, oder was weiß ich, auch Patreon, oder was weiß ich. Patreon habe ich übrigens auch. Nee, aber dieses, ich mache jetzt hier ein wichtiges Video und helfe den Frauen, aber ich will auch Geld damit verdienen, das ist irgendwie ganz schwierig für mich. Und es, wie gesagt, dadurch, er zeigt halt auf, wie der Steffen Ostwald wirklich in seinen Videos sagt, ihr blöden Fotzen, ihr! Und dadurch, dass er das zensiert, wirkt das noch weniger hart, finde ich. Das stimmt, es hat dann weniger Impact. Auf der anderen Seite will ich ja auch, dass so jemand wie TJ, oder wie Rezo, die beiden, dass sie ja auch von dem Stuff, den die machen, leben können, weil die auch guten Inhalt produzieren. Ich sehe es nur ein bisschen so. Also wenn der für dieses eine Video kein Geld kriegt, da wird der nicht unter der Brücke landen. Naja, aber er hat ja in vielen Videos solche Themen, die er behandelt, auch bei Germany's Next Topmodel und so, braucht manchmal dann Wörter fallen, die vielleicht nicht monetarisierbar sind. Ja, das war das nächste Ding, ne? Aber das war letzte Woche, oder? Das weiß ich gar nicht. Dann gehe ich lieber dieses Geschmäckle ein, was du angesprochen hast, was ich auch verstehe, als dass er es gar nicht mehr machen kann, solche Videos, weißt du? Das ist meine Ansicht. I don't know. Also ich würde es mich nicht zensieren lassen, alleine, weil wenn du das einmal eingehst, dann weiß ich nicht, ob du da so frei bleiben kannst oder dich vielleicht schon im Skript schreiben, und dir denkst, okay, nee, das formuliere ich jetzt lieber mal anders, weil der Algorithmus. Und das finde ich halt irgendwie ganz schwierig. Das macht ja auch dieser von Jungs Fragen. Der macht ja so eine Aufklärungskampagne auf YouTube oder so einen Aufklärungskanal, wo es halt um Sex geht und Liebe, Partnerschaft und so. Und der macht manchmal mit Absicht, dass er nicht zensiert und sagt, das ist einfach mal ein Aufklärungsvideo, ich muss jetzt mal Penis sagen. Und dafür könnt ihr mich aber unterstützen, hier bei Patreon und so. Da gibt es aber auch Videos, wo er bewusst sagt... Alter, eins zu eins, so lade ich das Video hoch auf Nostarerfotz. Hallo Leute, ich sage jetzt hier mal Penis, dafür dürft ihr mich jetzt auch, aber auch auf Patreon unterstützen. Naja, so von wegen, dass er halt offen anspricht. Ich kann das eigentlich nicht sonst sagen in den Videos, weil ich sonst nicht bezahlt werde von dem, was ich tue. Aber es gibt dann auch wiederum Videos, wo er dann auch dann doch Dinge umschreibt. Das ist auch vorher ankündigt, okay, ich verdiene ja gerade echt wenig mit meinen Videos, aber ich brauche halt das Geld irgendwie, um davon zu leben. Deswegen werde ich jetzt viel umschreiben. Er macht es dann immer so ein bisschen transparent und sagt dann halt irgendwie nicht wichsen, er sagt auch nicht masturbieren, er sagt dann irgendwie 5 gegen Willi oder so. Wow. Oder noch coolere Umschreibungen. Dann kommen wir in Euphemismus-Sprache, die einfach, oh, es ist I don't like. Habe ich dir, glaube ich, auch mal was geschickt. Und wenn man halt, also hat man ja auch schon zum Thema, wenn man statt sagt, die Soldaten töten jemanden, sie liquidieren jemanden. Diesen Scheiß, Alter. Ja, aber das ist dann ja wirklich nicht dann wegen des Monetarisierens, das ist dann ja aus Propagandakründen. Ja, ja, klar, aber auch. Also ich finde das in jedem Bereich einfach schwierig. Wenn man Dinge nicht so benennt, wie sie sind, um sie irgendwie softer zu machen, finde ich immer nicht gut. Ja, das kommt immer auch so ein bisschen auf den Background an, aber ich verstehe voll, was du meinst. Naja, wir sind ja schon wieder echt gut dabei, du. 45 Minuten bald. Ai, ai, ai. Ja, Hammer. Du hältst durch, Robin. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich habe Ron Bielecki bereits angesprochen, aber wir haben nichts dazu gesagt. Erzähl mal. Ein 23-jähriger Alkoholiker. Weil ich habe das Thema auch mit ihm, glaube ich, letztens gehabt. Der ist ja, also ich habe ihn kennengelernt durch, also nicht persönlich, aber über Videos durch World Wide Wohnzimmer. Weil ich bin da riesen Fan von dem Konzept von Erkennst du den Song und das Quiz mit Tisch? Schaue ich mir gerne an. Da war er auch schon mal zu Gast. Da wirkte er auf den ersten Blick so voll unsympathisch und so richtig gestriegelt und arrogant. Aber ich dachte zwischendurch, dass er auch so eine Art Kunstfigur vielleicht spielt. Und fand das wieder irgendwie lustig, wie er agiert. Aber durch diesen Skandal, der jetzt durchkam, wo er wohl auf dem Rammstein-Konzert war und hat eine Security irgendwie als Geringverdiener bezeichnet und so, und dann wäre er frustriert, weil er nicht genug Geld verdient. Da habe ich gemerkt, okay, es ist, glaube ich, doch mehr Persönlichkeit als Kunstfigur. Und das ist dann schon irgendwie einigermaßen bedenklich und ekelhaft. Ja, und selbst wenn, also ab wie viel Promille kannst du deine Kunstfigur nicht mehr aufrechthalten? Und der scheint ja wirklich permanent besoffen zu sein irgendwie. Das war der mit dem Tornado, oder? Ich kannte den halt bis vorgestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht, wann ich mir das angeschaut habe. Kannte ich den gar nicht. Dieses Tornado-Phänomen habe ich mitbekommen. Angeblich ist er der Erfinder davon. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Und 23, Saufi, Saufi. Ich weiß gar nicht, was er sonst noch so macht. Hat halt einen Song auch über Tornado. Ist relativ im Hype halt einfach. Halbe Million Abonnenten bei YouTube. Der ist wirklich komplett vorher an mir vorbeigegangen. Und ja, hat wohl ein bisschen Höhe. Weil, also, wenn selbst Pietro Lombardi sich zu Wort meldet in einer Instagram-Story und sagt, das geht gar nicht, Leute als Geringverdiener zu bezeichnen. Und dass wir alle gleich wert sind und nicht weniger wert, nur weil wir weniger verdienen. Dann ist was im Argen. Ja, stimmt. Ja, also, das ist wirklich das niedrigste, niedrigste, ach, fuck off. Das Niederste, wahrscheinlich, was man machen kann. Ja, voll. Ja, du bist nichts wert, du Geringverdiener. Ich verdiene ganz viel Geld. Und deswegen bin ich, äh, qua, äh, Geld wert, Herr Rotes. Meine Ansage an Ron Bielecki, trink mal einen Wein weniger am Morgen. Ja. Oder zwei. Ja, ja, ja. War auf jeden Fall ein großes Ding. YouTube hat sich zerrissen. Ich glaube, Herr Newstime hat sogar immer wieder drei Videos über ein Thema gemacht. Da haben sich auf jeden Fall die Uploads überschlagen. Und der macht ja sonst nichts. Ich glaube, Herr Newstime hatte auch eine lange Pause, weil der auch Alkoholiker ist. Ach, echt? Also, for real jetzt. Der hatte schon, soweit ich weiß, also, der hat ja immer seine Karaoke-Streams gemacht und dann auch besoffen so. Und, äh, soweit ich weiß, ist der da auch ein bisschen am strugglen. Also, alles Gute. Und dann verstehe ich, warum er bei Ron Bielecki drei Videos auspackt. Zu dem Thema passt gerade, äh, der Hashtag Rückruf. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat, äh, einen Aufruf geteilt und zwar von Champagnerflaschen der Marke, ich weiß nicht, wie die heißen, wie es ausgesprochen wird, Moet, Moet und Chardon, keine Ahnung. Die werden zurückgerufen, weil nämlich hohe Mengen Ecstasy darin gefunden worden sind. Hohe Mengen sogar. Das ist ja Verschwendung. Hohe Mengen Ecstasy im Chardonnay, äh, im Champagner. Das fand ich eine witzige Meldung. Das wird ja eher den gegenteiligen Effekt haben, oder? Dass die Leute das in Massen kaufen. Das kann sein. Aber es ist wohl, wohl, äh, dringende Lebensgefahr wurde ausgerufen. Und ich dachte ja echt erst irgendwie an Scherz, weil so eine Champagnerflasche, dass die zurückgerufen wird wegen Ecstasy, klingt eher wie so eine, so eine Postelon-Meldung oder Titanic. Ja. Aber es ist wohl echt, äh, authentisch. Okay. Geil. Teilweise Droge der, äh, teilweise Spuren der Droge MDMA gefunden. Also richtig herrlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute da irgendwie raus, äh, kondensieren oder so. Mhm. Geil. Wir haben auch noch dazu geschoben, nochmal zur Info, diese Nachricht ist kein Scherz. Die betroffene Charge ist lebensgefährlich, weil wohl echt einige so, so Lachsmilies kommentiert haben und so, ja, ja, klar, sicher. Witzig. Shish. Ja, äh, müssen wir trotzdem weiterkommen. Ich hab nämlich noch ein bisschen was. Und die Stunde ist halt rum. Ron Bilecki den getrunken hat, den Champagner. Ja, Ron hat vom Wein Bilecki und, äh, ist jetzt auf jeden Fall, äh, im Delirium und beschimpft alle als Geringverdiener. Richter Asi. Aber geh gern weiter. Er hat sich auch nicht entschuldigt, der hat das dann nur nochmal gerechtfertigt, weil irgendwie die Security zu seinem Vater frech war oder irgendwie sowas. Ja, so fängt Liemann mäßig erstmal. Alle anderen sind schuld. Ja. Und dann doch nicht. Aber erzähl gern weiter. Erzähl das noch mehr. Ja, äh, das Apo-Red-Ding, da bin ich leider nicht ganz so drin. Das hab ich jetzt nicht mehr geschafft zu gucken, weil ich's auch vergessen hab. Und dann war's schon halb, halb vier und dann waren's schon verabredet. Aber Apo-Red hat sich irgendwie jetzt alte Mimi-Videos vorgenommen, hat irgendwie rumgeheult, weil er wurde ja von Mimi und anderen Leuten als Insolvent bezeichnet, weil er offiziell Insolvent angemeldet ist. Der hat ja den Insie-Modus aktiviert. Ja, der war das. Stimmt. Hat sich jetzt irgendwie gerechtfertigt dafür, dass er keine Vorhänge in der Wohnung hat. Und dann... Geringverdiener. Gab's irgendwie wiederum ein Video von Stay, den ich ja eigentlich nicht so geil finde, seit der mit, äh, mit dem anderen hier, Dekadent, mal über Extreme Talk abgelästert hat, ohne die Folge wirklich gesehen zu haben. War's wirklich? Ja, Stay ist sowieso so ein ganz schwieriger, der halt, alles, alles, was er sagt, ist Gesetz. Äh, auf jeden Fall, der hatte so ein Video hochgeladen mit dem Titel Apo-Red beschwert sich über... Nee, Apo-Red, Apo-Red brüllt in einer Wohnung rum, die vermutlich keine Vorhänge und Möbel hat oder so. Also ganz, ganz komisch. Deswegen, da muss ich auf jeden Fall, da ich nichts Besseres zu tun habe, mich noch die nächsten Stunden mal einlesen und einschauen. Da bin ich gespannt, weil diese Odyssee mit Mimi verfolge ich ja schon. Aber es stimmt, ich fand auch die Wohnung von Apo-Red in dem Video, die sah schon sehr klein aus, sehr spartanisch und ich glaube, der hat es echt gerade schwer finanziell und der scheint es noch so ein bisschen zu leugnen, ne? Jaja, also, das war ja das Ding, dass er irgendwie sich insolvent angemeldet hat, obwohl er es nicht ist. Also basically das, für was Boris Becker irgendwie im Knast ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe und jetzt muss er halt da irgendwie aus dieser Scheiße wieder rausrudern. Ich weiß es nicht genau. Wenn ich eher wäre, hätte ich einfach gesagt, wegen meiner Allergie habe ich halt hier keine Vorhänge und so. Da sitzt die Muttermilbe dann drin. Stimmt. Das wäre smart gewesen. Aber ich bin nicht bestens im Bilde, deswegen vielleicht nächste Woche mehr. Was auch schon wieder ein bisschen länger her ist, ist der beendete Prozess von Amber Heard und Johnny Depp. Aber ich wollte es zumindest nochmal erwähnen, denn ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass Johnny Depp in ziemlich allen Punkten Recht bekommt und diesen ganzen Prozess für sich gewonnen hat. Ja, also unterm Strich. Also sie müssen beide Geld zahlen und haben beide Sachen... Ja, aber sie muss ja viel mehr an ihn, also im Endeffekt. Ja, voll. Aber trotzdem muss man sagen, ich muss mich auch mal auf die Seite der anderen Seite stellen, dass ja auch Johnny Depp jetzt nicht der einfachste Mann ist, so, den man haben kann und sich ja auch Sachen gemacht hat, die nicht in Ordnung sind. Ähm, und man sollte aufhören so ein bisschen... Ist das Victim-Blaming gerade, Tino? Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Wenn das eine Frau wäre, würdest du auch so sprechen? Nein, ich finde... Wenn Johnny Depp, wenn das Janice Depp wäre und die wäre geschlagen worden von Amboss Heard, ja, dann würdest du wahrscheinlich nicht sagen, ja, aber guck mal, halt hier auch, also, ist schwierige Persönung. Ich sage ja nur, dass beide von ihrer Seite aus schuldig gesprochen worden sind, zum Teil, und dass ich aber es nicht okay finde, dass man ja Johnny Depp so als lupenreinen Helden da rausgehen sieht, während Amboss Heard als die ganz große böse Töpfe da rausgeht. Ja, aber für was ist er denn genau schuldig gesprochen worden? Er hat ja an ihr keine Gewalt geübt, er hat halt Drogen genommen und so ein Shit, aber also, was ist denn sein Vergehen quasi? Nee, er muss ja auch Geld, er muss ja auch Geld zahlen. Ja, aber sind das nicht nur Gerichtskosten oder sowas? Ich, es ist schon über eine Woche her, wo ich es gelesen hatte, ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, ich weiß nur, dass, ich muss kurz gucken, Schadensersatz erhalten. Oh, warte mal, hier steht gerade, was? Nach Niederlage gegen Johnny Depp Amber Heard, die Sea-Rolle in Aquaman 2 soll noch größer werden. Was ist das denn? Aber ich dachte, dass sie unbesetzt wird. Offenbar doch nicht. Das ist ja der Wunsch, aber das passiert nicht. Ich finde es auch auf die Schnelle nicht, ich habe aber irgendwas auch gelesen, dass ihm, dass ihr auch Dinge zugesprochen worden sind. Alter, Johnny Depp kommt nach Offenbach. Ich weiß, was der macht, der trifft sich jetzt erstmal schön mit Assi Toni. Ist das geil. wenn ich hier die Schlagzeilen mir angucke, ey, Johnny Depp kommt nach Offenbach. Auch nice. Gleitet Musikerfreund back auf seiner Tour. Alter. Ja, ich fahre hin mit ein 9-Euro-Ticket. Er kriegt jetzt erstmal Nachhilfe von Assi Toni, wie man sich mit Frauen so zu verhalten hat. Aber ich finde es natürlich in Ordnung, dass der Prozess so ausgegangen ist, so, und Amber Heard hat ja wirklich massenweise gelogen und hat ihm Sachen vorgeworfen, die so nicht gestimmt haben. Das will ich ja gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass man jetzt nicht irgendwie gucken soll. Es gibt hier Engel und Teufel. Es ist eher so, dass eine Person wesentlich mehr Schaden angerichtet hat als die andere. Aber die andere Seite eben auch jetzt nicht lupenrein ist. Das will ich nur gesagt haben. Auch wenn ich gerade nicht finde, leider, den Artikel, den ich letzte Woche gelesen habe, wo es drinnen stand, worum es eigentlich ging, was Amber Heard zugesprochen worden ist. Ich finde es gerade nicht. Ich werde es gerne nachtragen nächste Woche. Okay. Jetzt bin ich kurz raus. Eloquenz. Ich habe hier auf jeden Fall noch das, aber das wollte ich eigentlich. Na, egal. Es gab noch so ein YouTube-Ding. Wie heißt der? Der hat immer so komischen, der hat so einen komischen Harald Klöckler Bart. Scheiße. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Den kennt jeder auf jeden Fall. Warte. Ein YouTuber? Ja, ein YouTuber. Der hat schwarze, lange Haare. Sieht so ein bisschen aus wie Dave Grohl mit Harald Klöckler Bart. Lord Abaddon? Keine Ahnung. Ich glaube, Z, Penguin Z. Ich gucke den halt nicht. Aber den kennt man. Also, der heißt wahrscheinlich mittlerweile anders. Penguin C Zero. Okay, der heißt tatsächlich immer noch so. Und der, ziemlich sicher war das der. Nicht, dass ich jetzt, ja okay, Harald Klöckler Bart ist jetzt vielleicht auch ein bisschen frech gewesen zu sagen. So schlimm ist es dann auch nicht. Aber, ähm, ich glaube, der war das. Oder bin ich jetzt völlig falsch? Sad day for YouTube. Ja, hier ist es. Okay. Und zwar, gab es da echt, und das ist jetzt nicht wieder eins von diesen typischen, oh ja, YouTube hat mal wieder Scheiße gebaut Dingern, sondern schon ein härteres. Ich bin aber nicht 100% im Thema drin. Also, es ist so ein, so ein Copyright Strike gegen ihn, weil er aufgezeigt hat, was YouTube Scheiße macht, hat das dann auch auf anderen Plattformen, auf Twitter und so, erwähnt. Und, und daraufhin wurde irgendwie nochmal ein Strike gegen ihn rausgehauen. Ah, fuck ey, sorry Leute, das kann ich gerade nicht genug, äh, gut zusammenfassen. Googelt mal selber, Leute. Also, es gab offensichtlich einen Bullshit, äh, Copyright Strike, so, ja? Mhm. So, und dann wurde da hier Einspruch eingelegt, wurde trotzdem wieder abgewiesen und dann gab es keine, keine Reaktion drauf und dann hat er halt auf Twitter und überall, äh, äh, hier, das geht nicht und ich kriege keine Antwort, was soll das, ich habe überhaupt nichts falsch gemacht und daraufhin, und das ist der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus wollte, jetzt habe ich es halbwegs gut zusammengefasst, ähm, wurde der ganze Kanal demonetarisiert und auch da wurde ein Einspruch eingelegt und wurde wieder abgelehnt. So, und das Ursprungsding ist halt, wie gesagt, eine Copyright-Verletzung, die offensichtlich Schwachsinn war und, äh, ja, so, schwierig. Ganz schwieriges Thema. es gibt halt quasi zwei Events in dieser Timeline, die offensichtlich falsch sind, aber YouTube auch nach Nachfragen, also Einspruch, immer noch sagt, nee, das bleibt so und das ist, äh, kein gutes Zeichen. Ja. Ja, es ist schon, äh, eine scheiß Marke, ne? Moist Critical heißt er auf Twitch, ich glaube, unter dem Namen kennt man ihn vielleicht eher so hier im deutschen Raum, weiß ich nicht. Noch nicht gehört bis jetzt. Aber auch wir lernen jede Woche hier neu aus dem Podcast und werden immer klüger. Ja. Wir, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, was ich jetzt nämlich noch sagen wollte als letztes Thema ist das Gameplay von Sonic Frontier. Es gab ja diesen, äh, Trailer zum Sonic Film, wo Sonic so reudig aussah. Das war, glaube ich, auch eine der ersten Brennpunktfolgen hier. So die ersten 10, 20 oder sowas. Und jetzt gibt's quasi ein ähnliches Ding mit, äh, mit einem Spiel. Denn Sonic, ein Spiel, was immer auf komplexe oder geil durchdachte, ähm, lineare, sehr schnelle Welten ausgelegt war, geht jetzt in die, äh, Open World, weil das ist wichtig und es ist, äh, ganz, ganz nicht so geil. Mhm. Und da gab's einen großen Backlash. Da hat das Internet mal wieder getobt. Ich weiß nicht, was das Internet mit Sonic hat. Ich persönlich denke mir halt so, Sonic, ja, mein Gott, Alter, das ist halt einfach nur ein Igel, der schnell läuft. Das ist jetzt nicht so ein geiler Charakter, wo ich 20.000 Spiele für haben muss. Aber ich kann das so nachvollziehen, wenn man so ein perfektes, weißt du, so wie bei, ähm, ja, kennst du wahrscheinlich auch nicht. Aber Rayman Legends, da gibt's so ein Musiklevel oder Rayman Origins auch, wo du so genau im Takt springen musst, weißt du, und dann passt das perfekt zur Musik und das fühlt sich richtig geil an. Wenn du so ein perfekt durchdachtes Level hast und das kombiniert mit so richtig schnell, dann stell ich mir das schon ganz geil vor. Aber das sieht einfach nur so reudig aus. Es ist jetzt einfach eine Open World, die irgendwie aus der, aus der Büchse kommt, sieht aus wie jedes andere Spiel auch. Und da sind dann halt einfach so verschiedene, so, so, so Rails, wo man drauf langsliden kann und so ist ganz komisch. Und da ist der, der nächste große Sonic-Skandal. Also Sonic kann einfach keinen Breath catchen. Ach, schade. Ja. Und The Boys ist jetzt auch wieder am weiter passieren, aber das guck ich mir erst an, wenn alle Folgen raus sind. Hast du das verfolgt? Nee, hab ich nicht mehr verfolgt. Was ist das? The Boys? Das ist, äh, Superhelden Gone Wrong. Superhelden. Ach so, doch, hast du mir mal erzählt, diese, diese Serie, oder? Ziemlich blutig, ja, genau. Ja, genau, stimmt. Sind jetzt die ersten drei oder vier Folgen raus, aber ich guck, wenn dann erst alle am Stück. Ich hab jetzt Stranger Things geschaut, die aktuelle Staffel, die ist richtig gut wieder. Die dritte war nicht so gut, hab ich gehört, aber es, also, kannst du mir mal in drei Sätzen zusammenfassen, ohne hart zu spoilern, um was es genau geht. Ich hab die erste Folge mal geschaut und hat mich nicht gecashed. Also, es geht um ein, äh, um eine amerikanische Kleinstadt, namens Hawkins, wo Menschen verschwinden, also vor allem Kinder und Teenager verschwinden, so der Reihe nach. Und da geht's so ein bisschen darum, äh, diese zu suchen und es taucht parallel dazu noch ein Kind auf, wo man nicht weiß, wo das eigentlich herkommt und die hat so ein bisschen, äh, komische Kräfte. Das kann man so, ohne zu spoilern, sagen. Das sind so die Dinge, die in der ersten Staffel passieren, so. Kinder verschwinden, ein anderes Kind taucht auf und man muss halt gucken, wo dieses Kind herkommt und es ist alles so ein bisschen übernatürlich. Das kann man sagen, auch ohne zu spoilern und es ist auf jeden Fall sehr spannend erzählt und es sind jetzt irgendwie, äh, vier Staffeln jetzt draußen, also dreieinhalb Staffeln bis jetzt draußen und die Serie spielt in den 80ern. Also, es ist richtig geil, 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 geil und Robin im, im Soundtrack, der aktuellen Staffel ist Falco vertreten und ich liebe die Serie schon dafür. Ja, kann ich mir vorstellen, das freut mich sehr für dich. Ähm, ich höre da zwei Dinge raus, die mich wahrscheinlich so abschrecken, jetzt, wie du es so auflistest und es sind Kinder und übernatürlich. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Zombies übernatürlich sind, das ist irgendwie für mich geerdeter, aber alles dieses so spooky und, äh, naja. Hast du die Serie Dark gesehen? Nee, auch nicht. Dark ist so ein bisschen das deutsche Ambivalent zu Stranger Things, da geht es auch so verschwunden. Äquivalent, nicht ambivalent, oder? Nee, weiß ich nicht, was ich gerade gesagt habe. Corona, Leute, ich habe noch ein Kobelt, okay? Ist so. Verzeiht mir. Jedenfalls ist es so ähnlich, tatsächlich, nur halt auf deutschem Boden produziert und die gehen aber dann in eine andere Richtung langfristig. Die deutschen 80er waren auch viel besser, besonders im Osten. Ich glaube nicht, dass es die 80er waren bei Dark, aber jedenfalls ging es auch um Kinder hauptsächlich und verschwundene Kinder und so. Aber Robin, schau dir echt mal die ersten drei Folgen Stranger Things an. Ich finde, es ist so sympathisch gemacht und so cool und auch so dieses Retromäßige. Der Soundtrack ist gut, höhö. und schau mal rein. Es ist, es wirkt abschreckend. Ich habe auch jetzt Game of Thrones angefangen, Robin. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Game of Thrones, weil mich Mio dazu gezwungen hat. Vernünftig. Und es ist leider gut. Ja. Es tut mir, ich war immer ein Hater und dachte, Genieß mal die ersten fünf, sechs Staffeln, weil, oder warte mal nicht, acht Staffeln gab es, oder? Ich will gerade nicht, dass es falsch ist. Ja, weil dann wird es leider halt schlechter, aber. Ich weiß, ich habe auch das Ende schon. Peak Television. Ja, habe auch das Ende schon gespoilert bekommen, irgendwie, durch Instagram und so. Und dass das Ende scheiße sein soll, aber ich bin gerade voll drin und ich genieße die Serie gerade. Und Stranger Things, Robin, gib ihr eine Chance. Es ist eine Serie, die echt gut ist. Das ist ähnlich, wie Haus des Geldes. Also ich sage mal, das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie das hate oder sowas, aber ich habe halt gerade auch einfach so viel gefühlt, was ich gucken müsste, wilde, könnte, zocken, weißt du. Die ist halt einfach auf der Liste auch dann nicht weiter oben. Ich weiß es nicht. Also Dark war eine Serie, da habe ich mir echt dann, da war die ersten zwei Staffeln, waren richtig, richtig gut und furchtbar spannend, dass es sich zerrissen hat und du echt nachts auch noch im Bett lagst und umgesponnen hast, wie es weitergehen könnte. Aber dann wird die richtig schlecht. Also ich fand Dark dann in der dritten Staffel oder vierten, ich weiß nicht, wie viele die hatten, ich glaube drei Staffeln waren es, die letzte ist eine Qual und die nimmt sich so übertrieben ernst und es ist immer so alles düster und so schlimm alles und bedeutungsschwanger jeder Satz. Da habe ich mich echt gequält, weil ich wissen wollte, wie es zu Ende geht. Dann war es nicht mal befriedigend wirklich, also nicht für mich. Okay, dann das eher nicht. Ich mag an sich auch so Serien, wie Black Mirror, wo jede Folge für sich einzeln ist. Auch geil, ja. Großartig. Ja, na gut. Das war es eigentlich an großen Sachen, oder? Es sind auch schon wieder über die Zeit. Ja, es sind schon noch Dinge passiert irgendwie. Was kann man kurz runterbrechen? Es gab ein Böhmermann-Sweet, wo er irgendwie gesagt hat, er hätte normale Milch bestellt bei irgendeinem Kaffeeladen. Da gab es einen Shitstorm, was denn für normale Milch ist. Ist denn Kuhäuter? Scheiß, völlig normal und so. Ja, aber wenn man das mal nicht mal mit Absicht asozial verstehen möchte und von jedem Scheiß getriggert sein möchte im Internet, können wir noch einfach zurate ziehen, dass Hafermilch ja Haferdrink heißen muss in Deutschland, warum auch immer. Ich weiß, dass das Diskussion dumm ist, weil Scheuermilch heißt auch Scheuermilch, bla bla bla. Aber wenn man halt Milch bestellt und Haferdrink Haferdrink ist, dann ist das schon auch verständlich, oder? Wenn man jetzt keine kleine Bitch sein will, die wegen jedem Scheiß getriggert sein will. Und noch einen Servicebeitrag am Schluss. Ihr dürft auch 9-Euro-Tickets nicht einlaminieren. Es gab jetzt von der Turing Allgemeine eine Warnung, dass wohl Leute in 9-Euro-Tickets laminiert haben, was dann zerstört worden ist dadurch. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich hab's ja eh online... Zerstört im Sinne von außerhalb... Also wird nicht mehr geltend oder wirklich, dass sich das dann auflöst oder sowas? Es wird zerstört und unbrauchbar. Aha. Geil. Das ist so ein James-Bond-Ding, ja? Wieso auch immer. Okay. Na gut, weiß ich Bescheid. Ich hab's im Portemonnaie. Was geben wir in der Woche, Robin? Boah, ist halt echt schwierig, weil irgendwie gefühlt waren das jetzt zwei Wochen zusammen. Ich hab nur zu Hause gelegen. Aber das... Also da ist halt wieder Breitscheidplatz, ne? Breitfahrplatz. Ja. Das ist auf jeden Fall wieder ein Happening gewesen. Und YouTube hat mal wieder ordentlich ausgepackt. Also ich will schon nicht ganz so weit runtergehen. Und Sylt, ich weiß nicht, ob man das noch mit reinziehen kann. Das wäre halt eher letzte Woche wahrscheinlich. Mhm. Obwohl halt eher durchgehend, ne? Die sind ja die ganze Zeit da. Ich weiß es nicht. Wollen wir irgendwie sowas sieben oder so? Oder ist das zu hoch? Ich weiß es nicht. Ja doch, sieben ist auch mein Maximum tatsächlich. Okay. Du hast Corona, der große YouTube-Star und Podcast-Star, Robin hat Corona, ist auch eine Meldung wert. Das stimmt. Dann gehen wir auf sieben und bleiben da. Perfekt. Gut. Schön. Das war da ein feuchtfrühliches Vergnügen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Person. Würde mich freuen, Rubs. Yes. Ich hoffe auch, ich genese mal sehr schnell, weil wenn ich gut genese und meine Mitbruder nicht auch krank werden, dann wird nächstes Wochenende Saracan hier in Weimar sein. Und das wird bestimmt auch ein großer Spaß. Da können wir gerne auch mal ein größeres Event machen. Ich habe überlegt, vielleicht Stream-Event, vielleicht auch irgendwie in der Gruppe dann Wehrwölfe oder irgendwie sowas. Weißt du, sowas sozusagen. Boah, das wäre cool. Ja. Gut. Dann war es das erst mal. Die Musik. Bleibt gesund, Leute. Bleibt gesund. Oh ja. Vernünftig. Geht nicht auf Konzerte oder zumindest fahrt nicht Bus, Zug, meine ich. Ja, und wenn der Zug fährt, nicht asozial sein. Seid nett und höflich. Ja. Tragt Maske und haltet Rücksicht auf Leute, die vielleicht angeschlagen sind gesundheitlich, die Corona nicht so einfach vertragen. Und genau. Yes. Habt Spaß trotzdem. Okay. Dann tschüss. Tschüss. Au, au. Muss nicht. Au. Und. Untertitelung des ZDF, 2020